Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch die 5. Herausforderung in Kapitel 2 Season 6 absolvieren können, nämlich Sammelmechanik-Teile von Anhängern oder Bussen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also ihr könnt eigentlich überall landen, wo eigentlich Autos sind. Ich bin jetzt hier mal im Krisenpark gelandet. Ich mache das Ganze auch in Gruppenkeile, weil man sonst die ganze Zeit stirbt. Deswegen würde ich sagen, hau mir einfach weitergegeben. Also ihr haucht jetzt die ganze Zeit dagegen und schaut, da kommt schon das erste Teil. Mechanik-Teile mal 1 Handwerksmaterial. Da haben wir schon das erste Teil. Und da ist direkt das zweite Teil. Ich würde sagen, bis das Auto kaputt ist. Wir haben das jetzt gemacht. Hier, wir haben jetzt drei Mechanik-Teile. Und die Mechanik-Teile und Handwerksmaterial würden zerstörten mechanischen Objekten. Also das ist echt total einfach. Ihr müsst einfach nur bei Autos hingehen. Ihr könnt zu Bussen hingehen. Ihr könnt auch zu so großen Fahrzeugen hingehen. Einfach dagegen schlagen. Die Autos finden sich dann Wachen und die Teile. Da haben wir gerade noch ein Teil bekommen. Wenn euch dieses Video hilft, würde es euch freuen, bitte ein Like anlassen, ein Abo anlassen und die Glocke aktivieren. Haut's rein und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.